Hallo ihr Lieben, ja, brandneu von Ahead Peanut Butter Cups mit nur 0,8 Gramm Zucker, Milchschokolade. Zwei Stück pro Packung, ich bin mega, mega gespannt, die zu probieren. Wie ihr seht, es sind schon einige weg, meine Mama wollte unbedingt welche haben. Und ja, für alle, die Reese's lieben, die werden bestimmt diese Peanut Butter Cups jetzt von Ahead auch lieben. Also ich bin auf jeden Fall super gespannt, ich mag Reese's. Ähm, ja, nur die haben natürlich hier noch bessere Werte und die gibt es auch im Adventskalender und ich bin jetzt schon super gespannt, die zu probieren. Und in so einem Pack sind 15x34 Gramm drin, hier seht ihr einmal noch die Zutaten, also natürlich Erdnusspaste und Erdnussmehl und einmal noch die Nährwerte. Und das ist dann immer pro Cup berechnet, also pro Packung sind immer zwei Cups drin, also richtig, richtig gut. Insgesamt nur 1,6 Gramm Zucker und ja, ca. 6 Gramm Eiweiß pro Packung. Und dann, also mit dem, 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 also mit